Kommen wir in Richtung der Witz. Ich hab IQ, das hat noch mehr Leute. Huhaha, vor Piano oben. Da ist noch ein Schildspieler. Bitte push dann alle raus. Ah, scheiße, mach ich selber. Ja, ich sag selber. Ich weiß. Ich dachte erst mal Blitz und beide dort. Blitz und Hibana sind da oben bei Piano. Blitz ist Full Flash, unser Bennett ist Full Flash. Ja, tot. Scheiße. Kacke. Ich dachte wirklich, ich kann ihn holen. Es tut mir leid für die. Okay. Okay. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht! Und, und, und Mainzler ist Mainzler. Ping. Haben die Kämpfer. Oh, stark Pitti. Pitti war da stark. Oh, um Gottes Willen, du bist das. Ne, du, ich hab ja keine Game gehabt. Ich hab dir zugesehen, war geflasht. Das haben sie scheinbar gefixt worden, immer so, dass ich was sehen konnte. Du hast ihn weggeschlagen und scheinbar gedauert mit der Shotgun. Und dann hast du... Die Bahn hat dich jetzt gepusht. Das war, uff. Aber du hast noch gewonnen, Respekt. Oh, das ist ja... Ich würde echt gerne mal sehen, dass unsere Mets mal irgendwie von einem aufmachen, aber das machen die nicht. Ich würde echt gerne Bug spielen, aber wenn ich Bug spiele, kümmere die Wand nicht auf. Ich spiele Bug. Das Problem ist, er geht mit Bug horizontal. Ja, und jetzt geht er von Bug runter. Er geht mit Bug jedes Mal horizontal. Er geht nicht vertikal, er geht mit Bug horizontal oben rein. Das wäre so, als würde ich Termite nehmen und reinpushen und sterben. Das ist wirklich... Das ist einfach das Gleiche. Oder als wäre ich Thomas und würde Monty spielen und gehen ins EDS anstatt den Blend zu coveren. Das ist aber das Gleiche in Grün. Das macht man auch nicht. Ah. Die Sache ist, Thomas macht mit Monty viel mehr Küsse als ich, aber, äh, aber alle sagen, wenn ich Monty fühle, ja, ich fühle mich mit Monty, also, dass man halt den Leuten sagt, wo wir sind, dahinter können sie pieken und ich sage, was ich mache, weißt du, ich gehe, ich soll nach links gehen oder gehen nach links, dann mache ich einen Schritt nach links oder so. Thomas ist so, hm, meins, 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 geht ins EDS, wird getötet, ja. Er wurde richtig so, es war auf, auf Kanal, wir wollten blenden, um, um, also Topfloor. Wand ist offen, er geht rein, wir könnten blenden, er bleibt nicht stehen, er geht ins EDS, stirbt. Und ich bin da und dann, hat er noch gesmuggt, ich kann dann gut blenden, die haben dann geprüft, dann raus. Blitz. Ja, äh, Blitz kann man aggressiv spielen. Hm, die sind launchiert, glaube ich, ja, ja. Die sind nicht umlauntig, hey, wo sind die, die unten? Im Lager, aus dem Lager, auf Gott, das hier müssen wir, bin ich dem nicht. Okay? Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Okay. Das war's. 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 Das war's.